Zurückbleiben bitte! Museumsquartier Magierhilferstrasse. Umsteigen zur Linie 57A sowie zur Linie 2A in Richtung Kirchengasse. Volkstheater Museumsquartier. Umsteigen zu den Linien U3, 46, 48A und 49 sowie zur Linie 2A in Richtung Schwedenplatz. Rathaus Umsteigen zur Linie 2. Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Worten Zurückbleiben bitte! das Ein- und Aussteigen verboten ist. Und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und Urbentüre. Schottentor Universität. Umsteigen zu den Linien D 1, 37, 38, 40, 40A, 41, 42, 43 und 44 sowie zur Linie 1A. Schottenring. Umsteigen zu den Linien U4, 1 und 31 sowie zur Linie 3A. Tabor Strasse Umsteigen zur Linie 2, 2 sowie zur Linie 80A. Taterstern Umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der UBP zu den Linien U1, U5 und 80A sowie zur Linie 82A. T Balkans. Messe Rathaus Sp CSV Tater Umsteigen zur Linie 82A. Kriau, umsteigen zur Linie 80B, Suiza-Linie 82A. Stadion, umsteigen zu den Linien 11A, 77A und 80B. Donau Marina, Schiffsanlegestelle, Österreichsche Gewerkschaftsbund, umsteigen zu den Linien 77A und 80B. Donaustadtbrücke, umsteigen zu den Linien 91A, 92A und 93A. Bitte beachten Sie im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, dass nach der Abfertigung des Zuges mit den Worten Zurückbleiben bitte, dass Ein- und Aussteigen verboten ist und achten Sie auf den Spalt zwischen Bahnsteig und U-Bahn-Türe. Stadtlau, umsteigen zur S-Bahn und zu den Zügen der U-B-B, zu den Linien 680A, 87A und 94A. Handeckgasse, umsteigen zu den Linien 92A und 96B. Donaustadtbrücke, umsteigen zu den Linien 26A und 95B. Aspernstraße, Endstation, umsteigen zu den Linien 26A, 88A, 89A, 93A, 97A und 98A. Bitte alle aufsteigen. Vielleicht geht es jetzt schon mal los. Wir wollen uns in der Nähe einer anderen Seite die Eizigerung. Und wir wollen uns bei der Eltern erstellen. Wir wollen uns bei allen, beachten, dass wir uns bei der Auch aufsteigen. Wir wollen uns bei allen, bis zum Beispiel die Szene getren. Wir wollen uns bei allen Zeit, darüber für mich zu beden, bei uns bei allen Dingen. Das ist irgendwie aufsteigen.